Geld regiert die Welt. Wer also das Geld regiert? Einige der größten Männer in den USA, Zugang im Handel und Herstellung, haben Angst vor etwas. Sie wissen, dass es eine Macht gibt, so organisiert, subtil, aufmerksam, verzweigt und allumfassend, dass sie besser nur flüsterten, wenn sie ihre Stimme gegen sie erheben. Wotow Wilson, ehemaliger Präsident der USA. Wenn eine Bank einen Kredit vergibt, wird neues Guthaben erzeugt, neue Einlagen, brandneues Geld. Graham F. Towers, Direktor der Bank von Kanada, 1934 bis 1954. Der Vorgang, mit dem Banken Geld erzeugen, ist so simpel, dass der Geist ihn kaum erfassen kann. John Kenneth Galbraith, Ökonom Erlaubt mir, das Geld eines Staates auszustellen und zu kontrollieren und mir ist egal, wer seine Gesetze macht. Meyer Ansem Rothschild, Bankier Geld als Schuld Zwei große Geschehnisse bestimmen unser Leben. Liebe und Geld. Was Liebe ist, dieser Frage wurde schon ausführlich nachgegangen, in Geschichten, Liedern, Büchern, Film und Fernsehen. Dasselbe kann man aber nicht über Geld sagen. Es ist nicht überraschend, dass die Geldtheorie keine Kino-Hits inspiriert hat. Aber sie wurde ja noch nicht einmal an den Schulen, die die meisten von uns besucht haben, erwähnt. Den meisten kommt auf die Frage, wo denn das Geld überhaupt herkommt, das Bild der Münzanstalt in den Sinn, die Noten druckt und Münzen presst. Geld, so glauben die meisten, wird von der Regierung hergestellt. Das stimmt, aber nur teilweise. Diese Symbole für Wert aus Metall und Papier, von denen wir als Geld sprechen, werden tatsächlich von einer Behörde des Staates hergestellt. Aber der Großteil des Geldes kommt nicht von diesen Anstalten, es wird hergestellt. Alltäglich und in riesigen Mengen, von privaten Gesellschaften, die sich Banken nennen. Die meisten von uns glauben, dass Banken Geld verleihen, welches die Kunden ihnen anvertraut haben. Das ist zwar leicht vorstellbar, aber nicht die Wahrheit. Die Banken schaffen zwar das Geld, welches sie verleihen, aber es stammt weder aus ihren eigenen Einnahmen noch aus verwalteten Guthaben, sondern unmittelbar aus dem Versprechen des Schuldners, es zurückzuzahlen. Das Schuldners Unterschrift auf dem Vertrag stellt eine Verpflichtung dar, der Bank das Geld zurückzuzahlen, plus Zinsen. Andernfalls verliert man das Haus, das Auto oder sonstige Güter, die man als Sicherheit vorweisen musste. Das ist eine bedeutende Verbindlichkeit für den Schuldner. Und zu was verpflichtet sich die Bank durch diese Unterschrift? Die Bank darf nun das Volumen des Kredites herbeizaubern und einfach auf das Konto des Schuldners buchen. Das klingt unglaublich. Das kann doch bestimmt nicht wahr sein. Aber das ist es. Um zu zeigen, wie es zu diesem Wunder des modernen Bankwesens kam, betrachten wir einmal das Märchen des Goldschmieds. Früher einmal, da wurde beinahe alles als Geld benutzt. Es musste nur handlich sein und für viele Leute einen Wert darstellen, sodass man es als Tauschmittel verwenden konnte. Etwa für Nahrung, Kleidung und Unterkunft. Muscheln, hübsche Steine, ja selbst Federn wurden schon als Geld benutzt. Gold und Silber waren reizvoll, weich und einfach zu verarbeiten. Daher wurden einige Kulturen sehr erfahren im Umgang mit diesen Materialien. Goldschmiede erleichterten den Handel, indem sie Münzen gossen. Genormte Einheiten dieser Metalle, deren Gewicht und Reinheit zertifiziert war. Aber um sein Gold zu schützen, brauchte der Goldschmied einen Tresor. Und schon bald standen seine Mitmenschen vor der Tür, die einen Platz im Tresor mieten wollten, um auch ihr Gold zu schützen. Rasch hatte der Goldschmied allen Platz im Tresor vermietet und verdiente ein wenig an seinem Tresormietgewerbe. Die Jahre gingen ins Land. Da machte der Goldschmied eine gerissene Beobachtung. Einleger kamen selten vorbei, um ihr eigentliches Gold abzuholen. Und sie kamen niemals alle gemeinsam. Und zwar, weil die Schecks, die der Goldschmied als Quittung für das Gold geschrieben hatte, auf dem Markt gehandelt wurden, als wären sie das Gold selbst. Dieses Papiergeld war sehr viel praktischer als schwere Münzen. Und Mengen konnten einfach beziffert werden, anstatt mühsam einzeln gezählt werden zu müssen. Inzwischen führte der Goldschmied noch ein weiteres Geschäft. Er verlieh sein Gold gegen Zinsen. Als sein praktisches Scheckgeld in Umlauf kam, verlangten Schuldner Kredite zunehmend in Form des Scheckgeldes, anstatt des tatsächlichen Metalls. Als die Wirtschaft wuchs, wollten mehr und mehr Leute Kredite vom Goldschmied. Da kam dem Goldschmied eine noch bessere Idee. Er wusste, dass nur sehr wenige Einleger jemals ihr tatsächliches Gold zurückforderten. Da dachte er, er könne mit Leichtigkeit Schecks ausstellen, die vom Gold seiner Einleger gedeckt würden, zusätzlich zu seinem eigenen. Solange die Kredite zurückbezahlt werden würden, würden seine Kunden davon gar nichts mitbekommen und blieben schadlos. Während der Goldschmied, nun eher Bankier als Handwerker, dadurch einen weit größeren Profit machen würde, als es durch den Verleih seines eigenen Goldes möglich wäre. Jahrelang genoss der Goldschmied so im Geheimen ein gutes Einkommen, von den Zinsen seiner Einlagen und der seiner Einleger. Nun, als bedeutender Geldgeber wurde er ständig reicher als seine Mitbürger, und dies zeigte er auch. Der Verdacht regte sich, dass er das Geld seiner Einleger ausgeben würde. Seine Einleger kamen zusammen und drohten damit, ihr Gold zurückzufordern, sollte der Goldschmied nicht auspacken, woher sein plötzlicher Wohlstand käme. Entgegen möglicher Erwartungen war das keine Katastrophe für den Goldschmied. Denn trotz seines doppelten Spiels funktionierte sein Plan. Die Einleger hatten überhaupt nichts verloren. Ihr gesamtes Gold war im Tresor und somit in Sicherheit. Anstatt ihr Gold zurückzunehmen, forderten die Einleger nun, dass der Goldschmied, nun ihr Bankier, sie an seinen Geschäften beteiligte, indem er ihnen Zinsen zahlte. Das war der Anfang des Bankwesens. Der Bankier bezahlte einen geringen Zins auf Einlagen des Geldes anderer Leute, welches er dann wiederum anderen zu höheren Zins verlieh. Die Differenz deckte die Unterhaltskosten der Bank und ihren Profit. Die Logik dieses Systems ist einfach, und sie erscheint wie ein sinnvoller Weg, die Nachfrage nach Krediten zu decken. Allerdings ist das nicht die Art und Weise, wie das Bankwesen heutzutage funktioniert. Unser Goldschmied, Bankier, war nicht zufrieden mit dem Einkommen, das übrig blieb. Nachdem er die Zinsen mit seinen Einlegern teilte. Die Nachfrage nach Krediten wuchs rapide, als Europäer weltweit ausströmten. Aber die Kredite waren durch die Menge an Gold im Tresor eingeschränkt. Dann hatte er eine noch dreistere Idee. Da niemand außer ihm selber wusste, wie viel überhaupt in seinem Tresor war, konnte er sogar Schecks verleihen, die überhaupt nicht durch Gold gedeckt wären. Solange nicht alle Scheckbesitzer zum Tresor kämen, um ihr Gold abzuholen, würde dies niemand bemerken. Diese neue Idee funktionierte sehr gut, und der Bankier wurde unwahrscheinlich reich durch Zinsforderungen für Gold, welches gar nicht existierte. Die Vorstellung, dass der Bankier einfach Geld aus dem Nichts schaffen könnte, war zu unerhört, um geglaubt zu werden. Also kam dieser Gedanke den Leuten lange überhaupt nicht. Aber die Macht, Geld einfach zu erfinden, stieg dem Bankier zu Kopf, wie man sich wohl vorstellen kann. Mit der Zeit erregte das Ausmaß der Kredite und der pompöse Reichtum des Bankiers einmal mehr Verdacht. Einige Kreditnehmer verlangten wieder echtes Gold anstatt papierenden Schecks. Gerüchte gingen um. Plötzlich tauchten einige reiche Anleger auf, um ihr Gold zurückzufordern. Das Spiel war aus. Ein Meer von Scheckbesitzern versammelte sich auf der Straße, vor den verschlossenen Türen der Bank. Tja, leider hatte der Bankier nicht genügend Gold und Silber, um all das Papier auszuzahlen. Sowas nennt man Ansturm auf die Bank. Und es ist das, wovor sich jeder Bankier fürchtet. Dieses Phänomen eines Ansturms auf die Bank ruinierte einzelne Banken und, kaum überraschend, schädigte es auch das öffentliche Vertrauen in alle Bankiers. Es wäre naheliegend gewesen, die Praxis der Gelderschaffung aus dem Nichts für illegal zu erklären. Aber die großen Mengen an Krediten, die die Bankiers anboten, waren für den Erfolg des europäischen Wirtschaftswachstums notwendig geworden. Also wurde diese Praxis stattdessen legalisiert und reguliert. Die Bankiers verpflichteten sich, Beschränkungen auf die Menge des fiktiven Schuldgeldes zu achten. Die Schranke wäre weiterhin eine viel größere Zahl, als die tatsächliche Menge an Gold und Silber im Tresor. Sehr oft war das Verhältnis 9 zu 1. Diese Regeln wurden durch Stichproben durchgesetzt. Es wurde auch abgemacht, dass im Falle eines Ansturms auf die Zentralbank örtliche Banken mit Notfalleinlagen aushelfen müssten. Nur durch einen ausgedehnten Ansturm auf mehrere Banken gleichzeitig könnte die Kreditblase platzen und das System zusammenbrechen. Das Geldsystem von heute. Über die Jahre wurde das Fractionary Reserve System und seine integrierten Banken, die von der Zentralbank geschützt werden, zum beherrschenden Geldsystem der Welt. Gleichzeitig wurde das Verhältnis zwischen den Papierschecks und dem tatsächlich vorhandenen Gold ständig kleiner, bis schließlich so gut wie nichts mehr übrig blieb. Das grundlegende Wesen von Geld hat sich verändert. Früher war der Papierdollar tatsächlich eine Quittung, die man bei der Zentralbank gegen eine feste Menge Gold und Silber umtauschen konnte. Heutzutage kann man einem Papier- oder Digitaldollar nur noch gegen einen weiteren solchen umtauschen. Früher gab es privat geschaffene Kredite nur in Form privater Banknoten, die von den Leuten als Zahlungsmittel abgelehnt werden konnten, so wie wir private Schecks heute ablehnen können. Heutzutage ist privat geschaffener Kredit direkt tauschbar in Fiat-Währung der Regierung, also in Dollars, Euros und Pfund, die wir gewohnheitsmäßig als Geld ansehen. Fiat-Währung bedeutet Währung erschaffen durch Regierungsfiat. Gesetze besagen, dass Bürger diese Währung als Zahlungsmittel akzeptieren müssen, oder Gerichte werden die Schuld nicht geltend machen. Nun stellt sich also die Frage, wenn Regierungen und Banken beide einfach Geld erschaffen können, wie viel Geld gibt es denn überhaupt? In der Vergangenheit war die komplette Menge an Geld, die es gab, beschränkt durch die tatsächliche, physische Menge an Gütern, die als Geld benutzt wurden. Zum Beispiel, um neues Gold- und Silbergeld zu erschaffen, musste neues Gold und Silber gefunden und geschürft werden. Heutzutage wird Geld buchstäblich aus Schuld erzeugt. Neues Geld wird geschaffen, wann immer jemand einen Kredit von der Bank annimmt. Das Ergebnis ist, dass die Menge an Geld, die geschaffen werden kann, nur noch durch einen einzigen Parameter eingeschränkt ist. Dem kompletten Ausmaß der Verschuldung. Regierungen schaffen ein zusätzliches satzungsmäßiges Limit auf die Geldmenge, indem sie Grenzwerte festlegen, die Fractional Reserve Requirements genannt werden. Im Wesentlichen mutwillig sind diese Grenzwerte von Land zu Land und von Zeit zu Zeit unterschiedlich. Früher war es üblich, wenigstens Gold im Wert eines Dollars als Deckung für 10 ungedeckte Dollars zu haben. Heutzutage gelten die Grenzwerte nicht länger für das Verhältnis Geld zu Gold, sondern gerade mal für das Verhältnis von neuem Schuldgeld zu vorhandenem Schuldgeld. Heutzutage bestehen die Reserven einer Bank aus zwei Dingen. Die Menge an Bargeld oder Vergleichbaren, die die Bankiers bei der Zentralbank eingelegt haben, und der Menge an bestehendem Schuldgeld, welches die Bank als Einlagen hat. Um das einfach zu veranschaulichen, stellen wir uns vor, dass eine Bank gerade neu eröffnet hat und keine Einleger hat. Allerdings haben die Investoren der Bank eine Einlage von 1.111 Dollar und 12 Cent bei der Zentralbank gemacht. Dies ist tatsächlich vorhandenes Bargeld bei der Zentralbank. Das nötige Verhältnis von Schuldgeld zu Bargeld ist 9 zu 1. Schritt 1 Schritt 1 Die Türen sind geöffnet und die neue Bank begrüßt ihren ersten Kreditnehmer. Er braucht 10.000 Dollar, um ein Auto zu kaufen. Das Verhältnis 9 zu 1 erlaubt der Bank, durch ihre Reserven bei der Zentralbank, auch als Turbogeld bekannt, einfach und ganz legal Geld zu erschaffen. Und zwar die neunfache Menge, also 10.000 Dollar, auf der Grundlage der Verpflichtung des Kreditnehmers. Diese 10.000 Dollar kommen nirgendwo her. Es ist brandneues Geld. Es wird einfach als Bankkredit auf das Konto des Kreditnehmers getippt. Der Schuldner stellt dann den Scheck darauf aus, um irgendetwas, in diesem Fall ein Auto, zu kaufen. Schritt 2 Die Autoverkäuferin löst nun diesen frisch erschaffenen Kredit von 10.000 Dollar bei ihrer Bank ein. Im Gegensatz zum Turbogeld, eingelegt bei der Zentralbank, darf dieser neue Kredit nicht mit einem festgelegten Verhältnis multipliziert werden. Stattdessen wird er dadurch geteilt. Bei einem Verhältnis von 9 zu 1 kann also immerhin ein weiterer Kredit von 9.000 Dollar ausgestellt werden. Auf der Grundlage des 10.000 Dollar Schecks. Schritt 3 Werden diese 9.000 Dollar dann von einer dritten Partei bei derselben Bank eingezahlt, die sie geschaffen hat, oder auch bei einer anderen Bank, so entstehen daraus wiederum weitere Kredite. Dieses Mal im Wert von 8.100 Dollar. Wie eine russische Matroschka, bei der jede Hülle eine weitere kleinere beinhaltet, ermöglicht jede solche Einlage einen weiteren kleineren Kredit, in einer unendlich fallenden Reihe. Nur wenn das erschaffene Schuldgeld nicht bei der Bank landet, endet dieser Vorgang. Das ist der unvorhersehbare Teil des Gelderschaffungsmechanismus. Wahrscheinlicher aber ist es, dass die Kredite bei jedem Schritt wieder ihren Platz bei einer Bank finden, und der anschließende Vermehrungsprozess sich immer und immer wiederholen kann, bis beinahe 100.000 Dollar brandneues Geld im Banksystem erschaffen wurden. Dieses ganze neue Geld wurde vollständig aus Schulden erschaffen. Dieser gesamte Prozess ist gesetzlich erlaubt, auf Grundlage der eingänglichen Reserven von echten 1.111 Dollar und 12 Cent, die immer noch unberührt bei der Zentralbank liegen. Darüber hinaus, in diesem raffinierten System müssen die Bücher aller Glieder der Kette nachweisen, dass die Bank stets 10% mehr ein als Auslagen hat. Das gibt Banken einen echten Anreiz, Einlagen zu bekommen, um Kredite geben zu dürfen, und stützt die allgemeine, irreführende Annahme, dass Kredite aus Einlagen stammen. Außer in dem Fall, wenn alle nachfolgenden Kredite bei derselben Bank landen würden, kann man also nicht sagen, dass die Bank ihre anfänglichen Turbo-Geldeinlagen von 1.111 Dollar und 12 Cent auf fast 90-fache Größe vermehrt hat, indem sie Bankkredite aus dem Nichts ausstellte. Allerdings ist das Banksystem ein geschlossener Kreislauf. Bankkredite der einen Bank werden zu Einlagen einer anderen und umgekehrt. Im Idealfall, völlig gleichberechtigter Umsätze, wäre der schlussendliche Effekt genau derselbe, als würde der gesamte Prozess an nur einer Bank stattfinden. Und zwar, die ursprünglichen Einlagen der Bank bei der Zentralbank im Wert von 1.111 Dollar und 12 Cent ermöglichen es ihr, im Endeffekt Zinsen auf bis zu 100.000 Dollar zu beziehen, die die Bank nie besaß. Banken verleihen Geld, welches sie nicht haben. Wenn das lächerlich anmutet, schauen Sie hier. In den letzten Jahrzehnten sind durch beständigen Lobbyismus der Banken die Bedingungen, um eine neue Einlage bei der Zentralbank zu machen, in manchen Ländern so gut wie aufgehoben worden. Und das tatsächliche Verhältnis ist nicht unbedingt länger 9 zu 1. Für manche Gattungen von Bankkonten sind 20 zu 1 oder auch 30 zu 1 üblich. In manchen Fällen gibt es überhaupt gar keine Reserven. In jüngster Zeit haben Banken einen Weg gefunden, Reservebedingungen komplett zu umgehen, indem sie Kreditgebühren nutzen, um die nötigen Reserven vom Kreditnehmer zu holen. Also, auch wenn die Regeln komplex sind, merkt der gesunde Menschenverstand, Banken können so viel Geld schaffen, wie wir leihen können. Jeder Mann spürt unbewusst, dass Banken kein Geld verleihen. Wenn man von seinem Konto abheben möchte, sagt einem die Bank nie, dass dies gerade nicht geht, weil sie das Geld jemand anderen geliehen hat. Mark Mansfield, Ökonom und Autor. Trotz der ständig gezeigten Münzanstalten macht von der Regierung ausgestelltes Geld normalerweise weniger als 5% der Geldmängel im Umlauf aus. Mehr als 95% alles heutzutage vorhandene Geldes wurde erschaffen, indem jemand mit seiner Unterschrift eine Schuldverpflichtung gegenüber einer Bank einging. Hinzu kommt, dass dieses Schuldgeld in großen Mengen geschaffen und vernichtet wird, jeden Tag, indem neue Schulden gemacht und alte abbezahlt werden. Ich befürchte, dass ein normaler Bürger nicht gerne hört, dass Banken Geld erschaffen können und es auch tun. Und diejenigen, die über den Kredit einer Nation verfügen, lenken deren Politik und haben das Schicksal des Volkes in der Hand. Reginald McKenna, vormaliger Vorsitzender der Midlands Bank of England. Banken können dieses Geldsystem nur betreiben, wenn die Regierung kooperiert. Zunächst verabschieden Regierungen Gesetze, die die Währung als gesetzliches Zahlungsmittel etablieren. Dann erlauben es Regierungen den privaten Banken, Kredite in dieser Währung auszuzahlen. Weiterhin setzen staatliche Gerichte Schuldforderungen um. Zu guter Letzt verabschieden Regierungen Regelungen, um die Funktionalität und Glaubwürdigkeit dieses Geldwesens in den Augen der Öffentlichkeit zu sichern, während sie rein gar nichts tun, um die Öffentlichkeit darüber zu informieren, woher das Geld eigentlich kommt. Die einfache Realität ist, dass sobald wir auf der gepünktelten Linie unterschreiben, um einen sogenannten Kredit zu erhalten, unsere Verpflichtung, ihn zurückzuzahlen, abgesichert durch die Güter, die wir als Sicherheit angeben und im Falle der Insolvenz abgeben müssen, das einzig wirklich Wertvolle bei diesem Handel darstellt. Für jeden, der glaubt, dass wir unserer Verpflichtung nachkommen werden, stellt dieser Vertrag oder Pfand nun ein handliches, tauschbares und verkäufliches Stück Papier dar. Es ist ein Schuldschein, der einen echten Wert darstellt und daher eine Art Geld ist. Es ist genau das Geld, welches der Schuldner gegen seinen sogenannten Kredit tauscht. Nun bedeutet aber ein Kredit in der echten Welt, dass der Geber etwas zu verleihen haben muss. Wenn man einen Hammer benötigt, wird die Leihgabe eines Hammers, den es nicht gibt, nicht viel helfen. Aber in der künstlerischen Welt des Geldes darf durch das Versprechen der Bank nicht vorhandenes Geld verbreitet werden, und wir akzeptieren es als solches. So ist unser national umlaufendes Medium nun Transaktionen von Banken ausgeliefert. Die verleihen nicht Geld, sondern das Versprechen Geld zu liefern, das sie nicht haben. Irving Fischer, Ökonom und Autor. Sobald der Kreditnehmer den Schuldvertrag unterschreibt, erfüllt die Bank ihren Teil des Handels, indem sie mit wenigen Tastenanschlägen ein entsprechendes Guthaben des Schuldners bei der Bank erschafft. Vom Standpunkt des Schuldners wird daraus Schuldgeld auf seinem oder ihrem Konto. Weil die Regierung zulässt, dass die Schuld der Bank gegenüber dem Kreditnehmer in Fiat-Währung der Regierung verwandelt werden kann, muss jeder diese annehmen. Als Geld. Und wieder ist die zugrunde liegende Wahrheit sehr einfach. Ohne den Schuldvertrag, den der Kreditnehmer unterschrieben hat, hätte der Bankier rein gar nichts zu verleihen. Haben Sie sich jemals gewundert, wie jeder, also Regierungen, Konzerne, kleine Unternehmen, Familien und so weiter, alle gleichzeitig in astronomischen Ausmaß verschuldet sein können? Haben Sie sich je gefragt, wie überhaupt so viel Geld zum Verleih existieren kann? Jetzt wissen Sie es. Es existiert gar nicht. Banken verleihen kein Geld. Sie erschaffen es ganz einfach aus Schulden. Und da Schulden potenziell unbegrenzt sind, ist es auch der Nachschub an Geld. Und wie sich herausstellt, ist das Gegenteil ebenfalls wahr. Keine Schulden, kein Geld. Ist es nicht erstaunlich, dass trotz des unglaublichen Reichtums an Ressourcen, Innovation und Produktivität, die uns umgeben, beinahe jeder von uns, von Regierungen über Unternehmen bis zu Individuen, schwer bei Bankiers verschuldet sind? Wenn die Leute nur innehalten und nachdenken würden, wie kann das sein? Wie kann es sein, dass die Leute, die tatsächlich den ganzen Reichtum in der Welt herstellen, verschuldet sind? Bei denen, die gerade mal das Geld verleihen, welches diesen Reichtum darstellt. Noch erstaunlicher ist, dass sobald wir begreifen, dass Geld eigentlich Schuld ist, wir begreifen, dass, würde es keine Schulden geben, es gar kein Geld gebe. So ist unser Geldsystem. Gebe es keine Schulden in unserem Geldsystem, dann gebe es gar kein Geld. Marinier S. Eccles, Vorsitzender und Chef des Federal Reserve Board. Wenn das für sie Neuigkeiten darstellt, sind sie nicht allein. Die meisten Menschen stellen sich vor, dass wenn alle Schulden abbezahlt wären, dies der Wirtschaft guttun würde. Das stimmt sicher von einem persönlichen Standpunkt aus. Genauso, wie wir mehr Geld zum Ausgeben haben, glauben wir, dass, falls jeder schuldenfrei wäre, es insgesamt mehr Geld zum Ausgeben gäbe. Aber das genaue Gegenteil ist der Fall. Es gäbe überhaupt gar kein Geld mehr. So ist es also. Wir sind vollkommen abhängig von ständig neuen Bankkrediten, damit es überhaupt Geld gibt. Keine Kredite, kein Geld. Genau das, was während der Wirtschaftskrise passierte. Der Geldnachschub sank drastisch, als der Nachschub an Krediten nachließ. Es ist ein erschütternder Gedanke. Wir sind vollkommen abhängig von den Banken. Jemand muss jeden Dollar, der im Umlauf ist, bar oder nicht, leihen. Wenn die Banken reichlich künstliches Geld herstellen, herrscht Wohlstand. Wenn nicht, verhungern wir. Wir haben absolut kein nachhaltiges Geldsystem. Sobald man einen Blick auf das gesamte Bild wirft, erscheint die tragische Absurdität unserer hoffnungslosen Lage unglaublich. Aber so ist es. Robert H. Hamphill, Kreditmanager, Federal Reserve Bank of Atlanta. Fortwährende Schulden Und das ist noch nicht alles. Banken erschaffen nur das Grundkapital. Sie erschaffen nicht die Menge, die für die Zinsen erforderlich ist. Doch wo soll die herkommen? Der einzige Ort, an den Schuldner gehen können, um das Geld zu bekommen, die Zinsen zu bezahlen, ist die allgemein zugängliche Geldmenge. Aber fast alles darin wurde auf genau dieselbe Weise erschaffen, nämlich als Bankkredit, der zurückgezahlt werden muss, mit mehr, als erschaffen wurde. Also gibt es überall andere Schuldner in derselben Lage, verzweifelt, versuchend, aus der gesamten Geldmenge das Geld zu bekommen, das sie brauchen, um Schulden und Zinsen zurückzuzahlen. Es ist eindeutig unmöglich, dass jeder Grundschuld und Zinsen zurückzahlen kann, da das Geld für die Zinsen nun mal nicht existiert. Das kann man sogar mit einer einfachen mathematischen Formel darstellen. P gleich Principle, also Grundschulden, sowie Geldmenge, I gleich Interest, will heißen Zinsen. Das große Problem ist, dass bei den langfristigen Krediten wie Hypotheken und der Staatsverschuldung die totalen Zinsen bei Weitem die Grundverschuldung übertreffen. Es sei denn, es wird eine Menge zusätzliches Geld erschaffen, um diese Zinsen bezahlen zu können. Ohne dieses zusätzliche Geld hätten wir eine deutlich höhere Zahl an Insolvenzen, Schließungen und somit eine nicht funktionierende Wirtschaft. Um eine funktionierende Gesellschaft aufrechtzuerhalten, muss die Quote der Insolvenzen niedriger sein. Um das zu erreichen, muss immer mehr Schuldgeld erschaffen werden, um den heutigen Bedarf an Geld zu stillen, also nur um die Zinsen zu bezahlen. Aber selbstverständlich wird dadurch die Gesamtschuld größer und das führt immer wieder zu mehr Zinsen, was schließlich in einer dauerhaft eskalierenden und unausweichlichen Spirale endet, nämlich der potenziell ansteigenden Verschuldung auf unserem endlichen Planeten. Es liegt nur an der Zeitverzögerung zwischen der Gelderschaffung als Kredit und der Zurückzahlung, dass die allgemeine Geldknappheit nicht die Tatsachen einholt und das System zusammenbricht, wie dem auch sei. Während das unersättliche Kreditmonster der Banken größer und größer wird, wird die Notwendigkeit, mehr und mehr Geld zu schaffen, um es zu füttern, immer dringlicher. Wieso sind die Zinssätze so niedrig? Wieso erhalten wir unaufgefordert Kreditkartenwerbung mit der Post? Wieso gibt die US-Regierung Geld schneller aus als je zuvor? Könnte es ein Aufschieben des Zusammenbruchs des gesamten Geldsystems sein? Ein vernünftiger Mensch muss sich fragen, kann das wirklich ewig so weitergehen? Ist ein Zusammenbruch nicht unausweichlich? Etwas, das man über unser Geldsystem wissen sollte, ist, dass es, genauso wie bei dem Spiel Reise nach Jerusalem, solange die Musik spielt, keine Verlierer gibt. Andrew Gose, Geldhistoriker. Geld vereinfacht Produktion und Handel. Steigt der Geldnachschub, verliert Geld zunehmend an Wert. Es sei denn, die Menge an Handel und Gütern steigt proportional. Bedenkt man zudem, dass, wenn gesagt wird, die Wirtschaft wachse um 3% pro Jahr, das wie eine stetige Rate klingt, aber das ist sie nicht. 3% in diesem Jahr stellen mehr Güter und Dienstleistungen dar als 3% im letzten Jahr. Denn es sind 3% des neuen Gesamtwerts. Statt einer Geraden, die man sich anhand der Worte vorstellt, ist es in Wirklichkeit eine exponentielle Kurve, die steiler und steiler wird. Das Problem ist natürlich, dass ständiges Wachstum der echten Wirtschaft einen ständig ansteigenden Gebrauch von Rohstoffen und Energie erfordert. Mehr und mehr Dinge müssen aus Rohstoffen in Müll verwandelt werden, jedes Jahr, bis in alle Ewigkeit, nur um den Zusammenbruch des Systems hinaus zu zögern. Jeder, der glaubt, exponentielles Wachstum könnte ewiglich in einer endlichen Welt fortschreiten, ist entweder ein Irrer oder ein Ökonom. Kenneth Building, Ökonom. Nun, was können wir gegen diese geradezu furchteinflößende Lage tun? Eine Sache wäre, ein grundverschiedenes Konzept von Geld anzuerkennen. Es ist an der Zeit, dass mehr Leute sich und ihren Regierungen vier einfache Fragen stellen. Rund um die Welt leihen sich Regierungen Geld gegen Zinsen von privaten Banken. Die Staatsverschuldung ist ein wesentlicher Teil der Totalverschuldung. Um diese Zinsen zu decken, bedarf es einen großen Teils unserer Steuern. Nun wissen wir, dass Banken das Geld, welches sie verleihen, einfach erfinden, und Regierungen haben ihnen die Erlaubnis erteilt, dies zu tun. Die erste Frage lautet daher, warum leihen Regierungen das Geld von privaten Banken gegen Zinsen, wenn sie das Geld, welches sie benötigen, genauso gut selbst und vor allem zinsfrei erstellen könnten. Die zweite Frage lautet, wieso wird Geld überhaupt als Schuld generiert? Wieso wird nicht Geld geschaffen, welches ständig fließt und nicht fortwährend gegen Zinsen erneuert geliehen werden muss, um überhaupt existieren zu können? Frage Nummer 3. Wie kann ein Geldsystem, welches nur unter andauernd beschleunigendem Wachstum funktioniert, genutzt werden, um eine nachhaltige Wirtschaft zu schaffen? Ist es denn nicht einleuchtend, dass andauernd beschleunigtes Wachstum und Nachhaltigkeit inkompatibel sind? Und zu guter Letzt, warum ist unser jetziges System vollständig abhängig von andauerndem Wachstum? Was muss geändert werden, um die Entstehung einer nachhaltigen Wirtschaft zu ermöglichen? Wucher. Es gab eine Zeit, da wurde jegliche Zinsnahme auf Kredite als Wucher bezeichnet und wurde mit harten Strafen, dem Tod eingeschlossen, geahndet. Jede große Religion verbart diesen Wucher. Die meisten Argumente gegen diese Praxis waren moralischer Natur. Es war anerkannt, dass der einzige limitime Zweck des Geldes die Vereinfachung des Handels echter Güter und Dienstleistungen war. Jedwede Art, Geld zu verdienen, einfach indem man Geld hatte, wurde als Verhalten eines Parasiten oder eines Diebes angesehen. Als jedoch der Kreditbedarf des Handels anstieg, wurden moralische Argumente schließlich durch das Argument abgelöst, dass Verleih sowohl ein Risiko beinhaltet, als auch eine Gelegenheitseinbuße des Verleihers und somit das Bestreben des Verleihers, einen Profit daraus zu schlagen, berechtigt sei. Heutzutage erscheint dieser Gedanke altmodisch. Heutzutage wird das Prinzip, Geld aus Geld zu machen, als Ideal angesehen, welches man anstrebt. Wieso sollte man arbeiten, wenn man sein Geld für sich arbeiten lassen kann? Jedoch, wenn man versucht, sich eine nachhaltige Zukunft vorzustellen, ist klar, dass Zinsnahme nicht nur unmoralisch, sondern auch ein handfestes, systematisches Problem ist. Stellen Sie sich eine Gesellschaft und eine Wirtschaft vor, die über Jahrhunderte überdauern kann. Denn anstatt ihrer Hauptvorräte an Energie zu plündern, beschränkt sie sich auf ihren tagtäglichen Ertrag. Es wird nicht mehr abgeholzt, als in derselben Zeit nachwächst. Alle Energie ist erneuerbar, solar, hub, geothermal, magnetisch und was wir sonst noch entdecken mögen. Diese Gesellschaft lebt innerhalb der Grenzen ihrer nicht erneuerbaren Rohstoffe, indem sie alles wiederverwertet und recycelt. Die Bevölkerung erhält sich selbst und bleibt stabil. Eine solche Gesellschaft könnte niemals funktionieren auf der Grundlage eines Geldsystems, welches vollkommen von andauerndem beschleunigtem Wachstum abhängig ist. Eine stabile Wirtschaft würde ein Geldsystem benötigen, das zumindest in der Lage ist, stabil zu bleiben, ohne zu kollabieren. Nehmen wir an, dieser Kreis stellt das Gesamtvolumen einer stabilen Geldmenge dar. Nehmen wir weiterhin an, dass Geldleier tatsächlich Geld besitzen müssten, um es zu verleihen. Wenn nun manche innerhalb dieser Geldmenge anfingen, systematisch Geld gegen Zins zu verleihen, würde ihr Anteil an der Geldmenge wachsen. Wenn sie alles beständig weiterverleihen würden, eingeschlossen der eingenommenen Zinsen, was wäre das unausweichliche Ergebnis? Ob nun Gold, Fiat oder Schuldgeld, spielt überhaupt keine Rolle. Die Geldverleiher hätten letztendlich alles Geld, nach den Schließungen und Insolvenzen zusätzlich noch alle echten Besitztümer. Nur wenn die Gewinne des Verleihs gegen Zins gleichmäßig innerhalb der Bevölkerung verteilt würden, wäre dieses Kernproblem beseitigt. Eine schwere Besteuerung von Bankgewinnen könnte dieses Ziel erreichen. Aber wieso sollten Banken dann weiterhin ein Interesse an ihrem Geschäft haben? Wenn wir jemals in der Lage sein sollten, uns aus der derzeitigen Lage zu befreien, könnten wir uns das Bankwesen geführt als gemeinnützigen Dienst an der Gesellschaft vorstellen, der die Zinseinnahmen als allgemeine Bürgerdividende ausschüttet oder verleiht, ohne überhaupt Zinsen zu verlangen. Ich habe noch niemals jemanden gesehen, der durch Logik und Verstand begründen konnte, weshalb die Regierung ihr eigenes Geld leihen sollte. Ich glaube, in diesem Land wird die Zeit kommen, in der sie sogar Sie, mich und alle anderen mit dem Kongress verbundenen Leute beschuldigen werden, die nichts getan und zugesehen haben, während dieses idiotische System weiterlief. White Padman, demokratischer Abgeordneter 1928 bis 1976, Vorsitzender des Komitees für Bankwesen und Währung 1963 bis 1975. Das System verändern. Wenn es die grundlegende Natur des Systems ist, die die Probleme verursacht, wird das Lösen kleinerer Mängel niemals das Problem an sich lösen. Das System selbst muss ausgetauscht werden. Viele Kritiker des Geldsystems fordern die Rückkehr zum goldgedeckten Geld und behaupten, Gold habe eine lange Geschichte der Verlässlichkeit. Sie vernachlässigen jedoch die vielen Schwindel, die mit Gold betrieben werden können. Münzen abschaben, das Metall verdünnen, den Markt bestimmen. All das wurde reichlich im alten Rom betrieben, was unter anderem zu seinem Niedergang beitrug. Manche befürworten Silber, da es häufiger vorkommt als Gold und deswegen schwieriger zu monopolisieren sei. Viele stellen die Frage, ob man überhaupt zurück zu Edelmetallen wechseln sollte. Niemand möchte wieder schwere Beutel mit Münzen herumschleppen, um einkaufen zu können. Mit Sicherheit wäre Papier, Digital, Plastik oder wahrscheinlicher biometrisch gekennzeichnetes Geld, das tatsächliche Tauschmittel mit demselben Potenzial, unendlich viel Schuldgeld zu erschaffen, das wir bereits heute haben. Darüber hinaus, würde Gold einmal mehr die einzige legale Grundlage des Geldes sein, hätten diejenigen, die kein Gold besitzen, auf einmal kein Geld mehr. Andere Befürworter einer Währungsreform schlussfolgerten, dass die Gier und Unehrlichkeit die Hauptprobleme seien, und dass es bessere Wege geben müsste, um ein ehrliches und gerechtes Geldsystem schaffen zu können, als wieder auf Gold und Silber zu setzen. Erfinderische Geister haben eine Vielzahl alternative Wege vorgeschlagen, um Geld zu generieren. Viele private Tauschsysteme erzeugen Geld als Schuld, so wie es Banken tun, aber es wird offen gemacht und ohne Zinsen zu fordern. Ein Beispiel ist ein Tauschsystem, in dem Schulden als Verpflichtung für Arbeitsstunden ausgedrückt werden, wobei alle Arbeit gleich bewertet wird, mit einem Geldbetrag, der dann den Tausch von Stunden und den Preis von Gütern erlaubt. Diese Art des Geldwesens kann von jedem aufgestellt werden, der die Möglichkeit hat, die Buchführung zu erledigen und gewillte, vertrauenswürdige Beteiligte zu finden. Ein lokales Tauschsystem zu erstellen, selbst wenn es im Moment kaum von Nutzen wäre, wäre ein umsichtiger Plan für den Notfall in jeder Gemeinde. Eine Währungsreform, genauso wie eine Wahlreform, ist ein großes Thema und eines, welches den Willen zur Veränderung und zum Querdenken voraussetzt. Eine Veränderung dieser Größenordnung wird nicht von selbst stattfinden, da die enorm einflussreichen Interessen, die vom Status Quo profitieren, ihr Möglichstes tun werden, um ihren Vorteil zu erhalten. Jetzt, da wir gesehen haben, dass Geld nur ein Gedanke ist und dass in Wirklichkeit Geld alles sein kann, was wir daraus machen, ziehen wir noch ein einfaches alternatives Konzept von Geld in Erwägung. Diese Variante beruht auf Systemen, die in der Vergangenheit funktioniert haben, in England wie auch in Amerika. Systeme, die von dem Goldschmieden, Bankiers und ihrem System untergraben wurden. Um eine Wirtschaft auf Grundlage von dauerhaften, zinslosen Geld zu schaffen, könnte Geld einfach von der Regierung erschaffen und der Wirtschaft zugeführt werden, vorzugsweise durch den Bau haltbarer Infrastruktur, die der Wirtschaft nutzt, wie zum Beispiel Straßen, Eisenbahnen, Brücken, Häfen und öffentlichen Märkten. Dieses Geld würde nicht als Schuld, sondern als Wert geschaffen werden, ein Wert dessen, wofür es ausgegeben wurde. Würde dieses Geld einen entsprechenden Handelswachstum fördern, der seine Nutzung erforderlich machen würde, so würde dies überhaupt keine Inflation nach sich ziehen. Sollten Regierungsausgaben aber dennoch zu einer Inflation führen, gäbe es zwei Möglichkeiten, diese unter Kontrolle zu halten. Inflation als Entsprechung einer allgemeinen Steuer auf Geld. Ob das Geld nun 20% an Wert verliert oder die Regierung 20% des Geldes von uns entzieht, die Auswirkung auf unsere Kaufkraft wäre auf jeden Fall dieselbe. So gesehen könnte Inflation anstelle von Besteuerung politisch vertretbar sein, wenn damit gut und in Grenzen gehaushaltet wird. Oder aber die Regierung könnte Inflation entgegenwirken, indem sie Steuern aus dem System entzieht und somit die Geldmenge verringert und ihren Wert stabilisiert. Um Deflation zu steuern, also den Vorgang feiner Löhne und Preise, würde die Regierung einfach mehr Geld schaffen und ausgeben. Ohne konkurrierende, private Schuldgeltherstellung hätten Regierungen wirksame Mittel, um die Geldmenge ihres Staates zu kontrollieren. Die Öffentlichkeit wüsste, wer die Schuld trägt, wenn etwas schief liefe. Regierungen könnten an ihrer Fähigkeit, den Geldwert stabil zu erhalten, gemessen werden. Die Regierung würde weiterhin durch Steuern finanziert, wie jetzt schon. Aber die Steuergelder würden sehr viel mehr nützen, da nichts davon gebraucht werden müsste, um Zinsen an private Bankiers zu bezahlen. Es könnte keine Staatsschuld geben, wenn die Regierung einfach das benötigte Geld selbst schaffen würde. Unsere gemeinschaftliche, ständige Knechtschaft zu den Banken durch Zinsen auf die Staatsschuld wäre nicht länger möglich, geschweige denn notwendig. Geld ist eine neue Form der Sklaverei und unterscheidet sich von der früheren lediglich durch die Tatsache, dass sie unpersönlich ist. Es gibt keine Zwischenmenschlichkeit zwischen Herr und Sklave. Leo Tolstoi Die unsichtbare Macht Niemand ist hoffnungsloser versklavt als diejenigen, die fälschlicherweise annehmen, frei zu sein. Johann Wolfgang von Goethe Was uns über Demokratie und Freiheit beigebracht wurde, ist in Wirklichkeit eine raffinierte und unsichtbare Art wirtschaftlicher Diktatur. Solange unsere Gesellschaft vollständig abhängig von ständig erneuerten Bankkrediten ist, um die Geldmenge zu erhalten, werden die Bankiers in der Position sein, zu entscheiden, wer das Geld bekommt und wer nicht. Das moderne Bankwesen stellt Geld aus dem Nichts her. Der Vorgang ist vielleicht der verblüffendste Taschenspielertrick, der jemals erfunden wurde. Das Bankwesen wurde ersonnen, im Frevel und geboren in Sünde. Bankiers besitzen die Welt. Nimm sie ihnen und lass ihnen die Macht, Geld zu erschaffen, und mit einem Federstrich werden sie genügend Geld haben, um wieder alles zurückzukaufen. Nimm ihnen diese gewaltige Macht, und alle großen Vermögen wie meines werden verschwinden. Und sie sollen verschwinden, Denn so wäre dies eine bessere und fröhlichere Welt. Aber wenn du weiterhin Slave der Banken sein willst und den Preis deiner eigenen Verslavung bezahlen willst, dann lasse die Bankiers weiter Geld erschaffen und Kredite kontrollieren. Sir Josiah Stamp, Direktor der Bank of England 1928 bis 1941. Ihm wird außerdem nachgesagt, zu seiner Zeit der zweitreichste Mann Englands gewesen zu sein. Das Unvermögen der Kolonisten, ihr eigenes Geld dauerhaft ohne George III. und die internationalen Bankiers auszustellen, war der Hauptgrund für den Unabhängigkeitskrieg. Benjamin Franklin. Nur wenige Leute sind sich heutzutage bewusst, dass die Geschichte der USA seit der Revolution von 1776 größtenteils die Geschichte eines epischen Kampfes um die dauerhafte Freiheit vor der Kontrolle der europäischen und internationalen Banken war. Dieser Kampf wurde schließlich im Jahr 1913 verloren, als Präsident Woodrow Wilson den Federal Reserve Act unterschrieb und damit dem internationalen Bankenkartell die Kontrolle über Amerikas Gold übertrug. Mein Land ruiniert. Eine große industrielle Nation wird von ihrem Kreditwesen kontrolliert. Unser Kreditwesen ist vereinigt. Daher ist das Wachstum unserer Nation und alle unsere Tätigkeiten in den Händen einiger weniger. Wir sind eine der am schlecht regiertesten, meist kontrollierten und beherrschtesten Regierungen der zivilisierten Welt. Nicht länger eine Regierung der freien Meinung, nicht länger eine Regierung der Überzeugung oder des Mehrheitsentscheides, sondern eine Regierung der Ansichten und Nötigungen einer kleinen Gruppe beherrschender Männer. Woodrow Wilson, Präsident der USA, 1913 bis 1921. Die Macht dieses Systems ist tief verwurzelt, genauso wie das erzieherische und mediale Schweigen zu diesem Thema. Vor Jahren befragte der kanadische stellvertretende Premierminister eine Menge Nicht-Ökonomen, Intellektuelle sowie Otto-Normalbürger auf der Straße und fand heraus, dass nicht einer von ihnen ein zutreffendes Bild der Geldentstehung hatte. Tatsächlich kann man wohl sagen, dass die meisten Leute, einschließlich der sichtbaren Mitarbeiter der Banken, dem Thema niemals einen Gedanken gewidmet haben. Und sie? All die Ratlosigkeit, Verwirrung und Verzweiflung in Amerika entsteht nicht so sehr durch Fehler in der Verfassung oder des Staatenbundes, nicht durch Mangel an Ehre oder Tugend, als durch die unausgesprochene Ignoranz gegenüber dem Wesen von Geld, Kredit und Geldkreislauf. John Adams, Urheber der amerikanischen Verfassung. Das moderne Geld als Schuldsystem wurde vor etwas mehr als 300 Jahren begründet, als die erste Bank of England eingerichtet wurde durch die königliche Charter zum fraktionellen Verleih von Schecks auf Gold in einem bescheidenen Verhältnis von 2 zu 1. Dieses bescheidene Verhältnis war sprichwörtlich nur der Fuß in der Tür. Das System ist inzwischen weltumspannend. Er schafft nahezu unbegrenzte Mengen an Geld aus dem Nichts und bindet beinahe jeden Erdenbürger an eine ständig ansteigende Schuld, die niemals abbezahlt werden kann. Hätte es zufällig dazu kommen können oder ist es eine Verschwörung? Offensichtlich steht hier sehr viel auf dem Spiel. Wer auch immer die Geldmenge in unserem Land kontrolliert, ist der uneingeschränkte Herrscher über den gesamten Handel und die Industrie. Und sobald man begreift, dass das System sehr einfach gesteuert werden kann, so oder so, durch einige wenige an seiner Spitze, dann braucht einem nicht mehr erklärt zu werden, woher Zyklen der Inflation und Rezession kommen. James A. Garfield, ermordeter Präsident der USA. Die Regierung sollte sämtliches Geld und Guthaben schaffen und in Umlauf bringen, welches sie benötigt, um den Bedarf ihrer selbst und allen Konsumenten zu decken. Durch Einführung dieses Prinzips würden die Steuerzahler Unmengen an Zinsen sparen. Das Privileg, Geld zu schaffen und auszustellen, ist nicht nur das höchste Vorrecht der Regierung, sondern auch ihre größte gestalterische Einflussmöglichkeit. Abraham Lincoln, ermordeter Präsident der USA. Bis die Geldschöpfung wieder der Regierung obliegt und als ihre deutlichste und heiligste Verantwortung anerkannt wird, ist alles Gerede über Souveränität eines Parlaments und Demokratie leer und aussichtslos. Sobald eine Nation diesen Einfluss abtritt, ist es gleich, wer ihre Gesetze schreibt. Zinsbucher, sobald wirksam, zerstört jede Nation. William Lyon McKenzie King, ehemaliger Premierminister von Kanada, der übrigens die Bank von Kanada verstaatlichte. Wir sind dankbar gegenüber der Washington Post, New York Times, Time Magazine und anderen großen Publikationen, deren Chefs unserem Treffen beigewohnt haben und ihre Versprechen der Verschwiegenheit für beinahe 40 Jahre gehalten haben. Es wäre unmöglich gewesen, unseren Plan für die Welt zu entwickeln, wenn wir all die Jahre im Rampenlicht der Öffentlichkeit gestanden hätten. Aber die Welt ist nun weiter fortgeschritten und bereit, in Richtung einer Weltregierung zu marschieren. Die übernationale Herrschaft einer intellektuellen Elite und den Weltbankiers ist sicherlich vorzuziehen gegenüber der nationalen Selbstbestimmung, die in vergangenen Jahrhunderten praktiziert wurde. David Rockefeller. In einer Ansprache eines Treffens der Trilateralen Kommission 1991. Nur die kleinen Geheimnisse müssen gewahrt werden. Die Größeren bewahren sich selbst aufgrund öffentlichen Unglaubens. Marshall McLuhan, Medienguru. Geld als Schuld. Deutsche Überarbeitung von RAVE. Synchronisation von Rummelsdorf. Es sprach für Sie Thomas Kehr. Weitere Dokumentationen und News zum Thema finden Sie auf hochburg-info.tm konsumknast.de und knastplanet.de Ich bin accusations worden. Genau. Jetzt kannst du keywords. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020